Hallo, ich heiße Stanislav Zhukov. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus der Ukraine, aus Zaporozhye. Mein Vater hat mich zu Hanbal mitgenommen, als ich acht Jahre alt war. In einem kleinen Stadt, in meinem Geburtsort. Das ist eine kleine Noworlinsk-Hanbal-Schule. Viele gute Spieler spielen in der Ukraine, aus dieser Schule. Ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau und einen kleinen Sohn. Mit meiner Familie lieben wir zu reisen. In Deutschland ist das sehr, sehr einfach. Mit deutschen Autobahnen ist das kein Problem. Und auch, ich habe ein Hobby, das ist Angeld, richtig? Aber mit Angeld, das ist nicht so einfach. In Gummersbach mag ich wirklich. Ja, jetzt für mich Gummersbach ist nicht nur ein weltklasse Handball-Name. Jetzt, ich weiß, das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Mit guten Menschen, mit geilen Arena, mit ausgezeichneter Atmosphäre, jedes Spiel. Jetzt, ich weiß, dass Gummersbach hat eine sehr, sehr gute Handball-Akademie für die Jugend. Auch meine Frau sitzt nicht in die Hause. Sie geht nach Volkshochschule zum Deutsch gelernt. Und für Familienziel ist jetzt gut Deutsch gelernt. Ja, meine Eltern sind jetzt in der Ukraine. Meine Mutter, Vater, Brot ist nicht in der Ukraine jetzt. Er ist in Poland, er arbeitet in Poland.